So, wir sind jetzt in Heidelberg bei der Sprungbude. Pauline hat die Hose schon an. Ich bin jetzt mal gespannt. Vielleicht hat sich auch ein bisschen was geändert an der Halle. Sehr gut! Ja! Sehr gut! Hier wird auch die Zeit gestoppt. Wow, wow, wow! Nicht fallen! Ah, da wieder hoch zu kommen ist schwer! Sehr gut! Wow! Wow, das ist hart! Wow! 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 Was? Sie brauchen Hilfe? Oh! Ja, das ist schlecht! Wir machen jetzt noch mal kurz eine Pause. Aber die Klamotten saßen gut und hatten gut gepasst, oder? Ja! Und alles noch fit? Super! Ja, also wenn ihr Bock habt, euch auch so ein Set zu kaufen, dann könnt ihr gerne unseren Code nutzen. Ich blende euch den auch nochmal ein. Und die Sets, die wir bekommen haben, haben wir auch verlinkt in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tschüss!